Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Disney Dream by Billy mit der Fanny in der zweiten Staffel. So, ich habe die Rapunzel gefunden. Nein, das wollte ich jetzt nicht machen. Oh mein Gott. So, hier hinten steht sie. Die kleine, hübsche, mit den super langen Haaren. Oh, wow, du bist kein Dschungelfreund. Du bist ein Mensch. Ich meine, hallo. Hallo? Du bist überrascht, eine Person zu sehen? Hä? Ich habe keine andere Person in diesem Dschungel gesehen, seit er ein Dschungel ist. Wow, okay. Was ist ein Dschungelfreund? Oh, Dschungelfreunde, so nenne ich die Tiere hier. Diejenigen, die auf allen Vieren herumtraben. Sie haben wuschelige Schnauzen, die süßesten Ohren und es gibt sie in allen möglichen Farmen. Du meinst sicher die Capybaras? Capybaras? So werden sie genannt? Das ist toll. Und es ist auch toll, dass du hier bist. Es ist schön, dich kennenzulernen. Ich bin Fanny. Ich freue mich auch, dich kennenzulernen, Fanny. Mein Name ist Rapunzel. Es ist, nee, es war also nicht immer ein Dschungel. Nein, früher gab es hier nur Sand und Ruinen. Von dem Turm, in dem ich gelebt habe, konnte man den ganzen Weg bis zum Landesinneren sehen. Dann wurde ich eines Tages wach und draußen war ein Dschungel. Der Turm war plötzlich sehr alt und pröglich und Mutter war nicht da. Du meinst Mutter Gotel? Sie hat dich früher hier besucht? Fast jeden Tag, als sie nicht mehr kam, habe ich mir solche Sorgen gemacht. Ich habe den Turm verlassen, um sie zu suchen und seitdem erforsche ich diesen unglaublichen Dschungel. Wer war die letzte Person, die du gesehen hast? Nun, ich habe einen Mann in der Wüste getroffen. Er ist groß, wie mein Freund Attila und er hat viel über sich geredet. Ich habe ihn gefragt, ob das Tal gefährlich ist, wie Mutter es mir immer gesagt hat. Aber er sagte, das Landesinnere sei so ungefährlich, dass es langweilig sei. Ich wusste, dass Mutter wieder nicht ehrlich zu mir war. Das ist schon mal passiert. Danach kam ich zurück in den Dschungel, um über die Dinge nachzudenken. Kannst du mir vielleicht helfen? Ich bin auf der Suche nach einem Juwel der Zeit. Glänzend, magisch, notwendig, um die Insel der Ewigkeit vor der drohenden Zerstörung zu bewahren. Die Insel der Ewigkeit ist in Gefahr, aber die Capybaras leben hier. Ich werde das verhindern, aber dazu brauche ich das Juwel. Ich habe einen Ratenstück nach meinem vielen Farm gesucht und viele schöne Steine gefunden, aber bis heute keine magischen. Siehst du diese schwennen, grauen Felsen? Ich kann nicht an ihnen vorbeikommen, um hinter dieser uralten Tür weiterzusuchen. Die Felsen wirken ziemlich magisch. Sind sie das, wonach du suchst? Das sind Zeitanomalien. Zeitanomalien? Das klingt interessant. Weißt du, wie du sie umgehen kannst? Ja, überlass es einfach mir. Ich werde die schwennen, grauen Felsen wegräumen, damit wir uns die Tür genauer ansehen können. Auf Wiedersehen! Die uralte Tür. Okay. Dann möchte ich das erstmal aktivieren. Ach, die meint es hier. Diese Teile. Okay. Wie gut, dass ich auch die grauen wegmachen kann. So. Oh mein Gott. Ein neuer Bereich, meine Lieben. So, dann reden wir wieder mit ihr. Hä? Hä? Was hast du da, äh, was hast du vom Boden aufgehoben? Es sieht wie ein Teil einer Sphäre aus. Und es ist aus dem gleichen goldenen Material wie die Sonne in der Tür. Genau. Ich glaube, das soll der, äh, den Kern der Sonne darstellen. Aber es fehlen Teile. Ich wette, wenn wir sie finden und zusammensetzen, können wir die Tür öffnen. Das ist so aufregend. Da dieser Tür sind meine Farmen. Da bin ich mir ganz sicher. Glaubst du wirklich, dass deine Farmen dort sind? Das ist wirklich überall nach ihnen. Genau, äh, ganz sicher. Ich habe den ganzen Dschungel abgesucht. Malen ist sehr wichtig für mich. Es half mir, die Zeit im Turm zu überbrücken. Es ist, als ob es meine Welt schöner macht. Äh, von meinem Fenster aus konnte ich jede Nacht die Lichter im Landesinneren sehen. Also habe ich sie als Wandgemälde an meine Wand gemalt. Diese Lichter müssen aus den Häusern der Dorfbewohnern stammen. Aber dann wurde Mutter wütend. Sie behauptete, ich sei undankbar gegenüber dem, was ich habe, und nahm mir die Farm weg, um sie irgendwo zu verstecken. Wir werden deine Farm und das Sowiel der Zeit finden. Ich spüre es. Wir sind auf dem richtigen Weg. Vielleicht könntest du nach Teilen des Sonnenkerns zwischen den schwebenden Felsen auf der Insel suchen. Ich habe heute Morgen welche in der Steppe und bei den Docks gesehen. Dort könntest, äh, dort könntest du anfangen zu suchen. Ich unterhalte mich so gern mit dir. Okay, sprich mit Rapunzel, ist neu dazugekommen. Ja. Achso, baue die schwebenden grauen Felsen rund um die Tür ab. Ja, das habe ich doch getan. Oder gibt es hier noch wo was? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Hallo! Ich bin so froh, dass ich dich getroffen habe. Äh. Wir brauchen mehr Teile des Sonnenkerns, um die Uraltitude zu öffnen. Ich habe einige schwebende graue Felsen in der Steppe. Achso, genau. Okay, entschuldigt. Auf Wiedersehen. Steppe. Wartet mal. Steppe. Dann werden wir einfach mal dahin reisen. Oh Gott, ich hoffe, ich komme da jetzt auch irgendwo hin, ne? Ah, guck mal. Graue Felsen. So, dann haben wir hier auch noch was. Aha. Wieder Teile der Sonnenuhr. So, warte. Ah, ne, da vorne ist auch noch was. Nein. Einmal das. Nein, auch nicht. Nur das hier. Machen auf. Okay, super. Drei von drei. So. Jetzt können wir es da. Oh. Oh. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal die Haare an. Ich hätte auch gern solche Haare. Sprich mit Rapunzel. Wartet mal. Aber erst mal werde ich sie wieder ent... Danke. Danke. So. Das ist so schön. Und schau mal da unten. Sieht das für dich nicht aus wie eine Uhr aus? Hm, oder eine richtig große Sonnenuhr? Ja, genau. Eine Sonnenuhr. Oh, aber was ist das auf dem Wohnunternehmen? Sieht aus wie ein weiterer Sonnenkern. Ich weiß nicht, was das für ein Ort ist, aber ich spüre eine starke Magie in der Nähe. Schauen wir uns den Sonnenkern an. Da freut sie sich aber. Okay. Guck mal. Ich will ihn haben. Ja, ich soll ihn fangen, ne? Jetzt habe ich ihn. Oh, Mann. Ich vermute mal, der wird hier reinpassen. Guckt euch das mal an. Die Sonnenuhr, wie cool. Ausgabe. Oh, wow. Guck mal, das ist ein Totem. Okay. Interagieren wir mal. Okay, wir reden erst mal mit ihr. Oh. Wow, hast du das gespürt? Die Plattform hat sich ein wenig bewegt. Und sie macht ein tickendes Geräusch, genau wie eine Uhr. Eine Uhr, die ein paar Teile fehlen. Ne, die ein paar Teile fehlen. Ich glaube, wir müssen den Mechanismus der Sonnenuhr in der Mitte reparieren, um auf die andere Insel zu kommen. Es sieht aus, als hätte jemand die Zahnräder entfernt. Das ist seltsam. Ich habe ein paar goldene Zahnräder auf der Insel gesehen. Vielleicht brauchen wir die, um die Sonnenuhr zu reparieren. Es ist ein Versuch wert. Ich werde die Insel nach Teilen der Sonnenuhr absuchen. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Äh. Ja. Kann ich hier? Tatsächlich. Aber draußen. Gut. Suche auf der Insel nach schwebenden Zahnrädern. Ach, hier. Okay, ich verstehe. Eine von zehn. Ey, wie cool ist das denn gemacht? Ah, jetzt kann ich mich ja dumm und dämlich suchen, oder? Das kann ja überall sein. Weil gesagt wurde ja auf der Insel. Aha. Danke. Bleib hier. Danke. Oh nein, der ist schneller als ich. Ja, ich kann jetzt nicht, Micky. Ich muss hier ein paar Zahnräder fangen. Oh Gott. Ich hänge. Oh, jetzt fliegt er wieder weg. Ich brauche nur noch vier. Jetzt. Meine Güte. Vielleicht ist ja hier. Ah, da guck mal. Wo sieht einer? Da ist noch einer. Hey, bleib hier. Oh, ich hatte eh gedrückt. Nein, Micky. Jetzt nicht. Jetzt. Okay, noch einen. Da ist es. Ich hab's. Gott sei Dank. Gut, gehen wir wieder zurück. Ach, du liebe Zeit. Gehen wir wieder zurück. Wir haben's. Jetzt zeigen wir Rapunzel alles und da bin ich mal gespannt, was dann passiert. So, Rapunzel, ich bin wieder da. So, ich gebe dir mal die Zähne. Diese guckt, ne? Du hast alle Zahnräder gefunden, die wir für die Sonnenuhr gebrauchen. Das ist fantastisch. Ich glaube, ich hab herausgefunden, wie es funktioniert, während du weg warst. Mal sehen, ob ich richtig liege. Puh, die Zahnräder passen. Du solltest versuchen, die Sonnenuhr zu benutzen. Bye, bye. Bye. Ja. Oh. Was? Erreiche die Statue der Zeit mit Rapunzel. Ah. Ja, die Statue. Okay. Ja, ich untersuche. Moment. Achso, wartet. Hier ist noch was. Gotel möchte mit dem Juw der Zeit experimentieren. Ich sagte, es sei zu mächtig, um daran herumzubasteln. Das gefiel ihr nicht. Ja, ja, die Mutter Gotel, ne? Mann, 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 Mann. Okay. Ja, ich hab die untersucht. Achso, kehre, ja genau. Kehre zur Rapunzel zurück. Ich habe diesen Tagebucheintrag gefunden, in dem Mutter Gotel erwähnt wird. Ich glaube, sie war hier. Sie muss nicht hier sein. Ich habe gerade ihr Lachen gehört. Glaubst du, sie ist in der Nähe? Ich kann hier eine Menge Magie spüren. Ich bezweifle, dass Mutter Gotel war. Möglicherweise eine Art Echo von ihr, als ob sie vor langer Zeit hier gewesen wäre. Oh. Oh. Du scheinst verängstigt zu sein. Ich habe keine Angst. Ich habe so viel gelernt, seit ich Mutter das letzte Mal gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, was ich ihr sagen soll, wenn ich sie wiedersehe. Weil sie dich angelungen hat? Ja. Du weißt, dass es okay ist, auf sie wütend zu sein, oder? Ich weiß, es ist nur, konzentrieren wir uns auf die Dinge, die wir vermissen, okay? Klar, aber wir sollten früher oder später darüber reden. Lass uns noch einmal zusammenfassen. Wir haben eine Tagebuchseite, auf der steht, dass Mutter Gotel das Juweler Zeit wollte. Es gab ein Echo ihrer Stimme und das Juweler Zeit fehlt in seiner Statue. Du glaubst doch nicht. Mutter Gotel hat das Juweler Zeit gestohlen. Wenn ich so darüber nachdenke, interessiert sie sich sehr für Magie und Zeit. Mutter hat im Turm eine Truhe mit besonderen Gegenständen, die sie sicher aufbewahrt. Ich musste ihr versprechen, niemals hineinzuschauen. Das muss der Ort sein, an dem das Juweler Zeit versteckt ist. Alle Hinweise passen zusammen. Aber denkst du wirklich, sie würde... Wir müssen den Turm durchsuchen, Rapunzel. Die Insel der Ewigkeit liegt in unseren Händen. Los geht's. Okay, wir treffen uns dort. Ah, es ist wunderbar. Finde ich auch. Jetzt gehen wir zu Rapunzel, ihr Turm. Meine Güte. Ich wollte schon immer mal da rein. Ich mag den für total, ne? Der Film ist so schön. So, wir laufen eh auch jetzt direkt hinterher, weil sonst verlaufe ich mich wieder. Ach, da ist er ja, genau. Da ist der Turm. Wunderschön. So, Rapunzel. Schau, die Turmbände sind zu musig und brüchig, um sie hochzuklettern. Wir müssen einen anderen Weg finden, um die Insel zu retten. Lass uns von hier verschwinden, okay? Wir geben nicht so schnell auf. Wir brauchen nur einen Weg, um dort hochzuklettern. Einen Seil mit einem Enterhaken oder einer Leiter. Du könntest sie für mich festhalten und musst auch nicht hineingehen. Nein, du kannst da nicht alleine hochgehen. Er ist verflucht. Der Turm ist verflucht? Seit wann? Seit, ich bin mir nicht sicher. Manchmal sehe ich einen Schatten von Mutter im Fenster, der auf mich herabstarrt. Sie sieht immer noch so enttäuscht aus. Ich bin sicher, es ist ein weiteres magisches Echo. Ein Echo von was? Was, wenn es etwas Dunkles ist? Etwas Gefährliches? Vielleicht war das, was du gesehen hast, eine Kombination aus der Macht des Juwels der Zeit und deinen Gefühlen für Mutter Gotel. Ich brauche vielleicht deine Hilfe, um es aufzuhalten, was auch immer es ist. Na gut, okay. Ja, wenn du mich brauchst, ich bin hier. Toll, und wie kommen wir da hoch? Hm, Mutter hat mir einmal eine Geschichte von einem Jungen erzählt, der eine riesige Bohnenranke wachsen ließ, um einen Riesen in den Wolken zu erreichen. Aber weil er seiner Mutter nicht gehorchte, um die magischen Bohnen zu kaufen, verschlang ihn der Riese. So geht Hans und die Bohnenranke nicht. Ich werde meinen Freund Micky bitten, dir irgendwann die richtige Vision zu erzählen. Aber ich mag die Idee mit dem Wachsen und Klettern. Ich habe in der Oase in den funkenen Dünen ein paar ziemlich starke Ranken wachsen sehen. Vielleicht können wir ein paar Samen besorgen und hier Ranken wachsen lassen, um den Turm zu erklimmen. Oh, aber die Ranken werden noch lange nicht hoch genug sein. Ich habe eine Idee. Wir haben meine Sanduhr. Wenn ich in der Oase ein paar magische Samen für Ranken finde, kann ich sie hier einpflanzen und die Dinge beschleunigen. Wir werden den Turm in Hall umdrehen hochklettern. Buchstäblich. Okay, wenn du dir sicher bist, vielleicht kannst du in der Oase ein paar Samen für Ranken finden. Ich bleibe hier und beobachte das Turmfenster nur für den Fall. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen, Rapunzel, du kleines Angsthäschen. Ich gebe dir Deckung. Ach, hat die Klappe. Entferne die wirbelnden Sande in Rapunzels Turm. Ja, ach so. Ja, okay. Wie gut, dass es nur die kleinen sind. Wenn es jetzt die großen wären, hätte ich jetzt echt ein arges Problem. Rede mit Rapunzel. Hast du das gehört, Fanny? Ich habe gerade wieder Mutters Stimme gehört. Und sieh mal, diese seltsamen Felsen sind gerade aufgetaucht. Ich habe ihre Stimme auch gehört. Denk nur daran, dass hier es nicht wirklich ist. Es ist eine Art Magie. Richtig, okay. Ich versuche, mir keine Sorgen darüber zu machen. Hast du die Samen der Ranken gefunden? Ja, habe ich. Das ist fantastisch. Während du weg warst, habe ich für jede Ranke einen Platz frei gemacht. Alles, was du tun musst, ist, die Samen einzupflanzen. Sobald ich sie eingepflanzt habe, kann meine Sanduhr den Rest erledigen. Dann haben wir sofort Ranken. Bist du bereit, Rapunzel? Nein. Ja. Ja, das ist es, was wir tun müssen. Auf Wiedersehen und komm bald wieder, damit wir reden können. Ja. So, ich muss sie jetzt hier einpflanzen. Interagieren. Wart an. Wow. Betritt Rapunzes Turm. Aber ja. Betreten. Oh, wie cool. Oh. Oh mein Gott. Ich muss mit Rapunzel reden. Oh, guckt euch das mal an, wie cool das hier aussieht. Hm? Was ist passiert? Ich versichere dir, es war nicht so ein Chaos, als ich gegangen bin. Es muss die Macht des Juwels der Zeit sein. Es muss hier sein. Ich kann es spüren. Ich räume etwas von diesem Chaos weg. Wir müssen so schnell wie möglich zur Truhe kommen, bevor es noch schlimmer wird. Ich auch. Ich auch. Nein, nein. Ich will ja nicht... Ach man, hör doch mal auf hier. Ja. Schätze will ich auch nicht suchen. Okay, die kriege ich irgendwie nicht weg. Die Großen. Aber war hier nicht gerade anziehen? Was ansehen? Ach so. Ah. Ja, alles klar. Mit beiden Beinen auf dem Boden sieht der Turm so hoch auch aus. Auch wenn ich oben war, fühle ich mich wie eine Maus. Oh. Ist immer noch Rapunzels Liedtext. Genau. Da haben wir noch ein Zettelchen. Ach, scheiße. Mutter Gotel. Ist das... Es ist Mutter, aber... Aus Sand? Rapunzel, lass dein Haar herunter. Nein, 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 nein. Das kann ich nicht tun. Rapunzel, hör mit dem Gebrabbel auf. Ich kann es nicht leihen, wenn du brabbelst. Rapunzel, ich glaube, du musst mit dem Ding reden. Sag ihm, dass es weggehen soll. Sag ihm, was du fühlst. Warum? Warum ist es wichtig, wie ich mich fühle? Du musst mir versprechen, dass du nie wieder darum bittest, diesen Turm zu verlassen. Sei einfach ehrlich. Es ist okay, zuzugeben, dass es weh tut. Ich kann das... Es ist so gefährlich da draußen, Liebes. Mutter, weißt du mehr? Habe ich recht? Mutter, du hast mich erschreckt, als du verschwunden bist. Du hast mir gesagt, das Tal sei ein schrecklicher Ort. Aber das ist nicht wahr. Und das hat mich verletzt. Wow, es fühlt sich wirklich gut an, das zu sagen, es funktioniert, Rapunzel. Sieh mal. Auf Wiedersehen. Ja, ich rede gleich mit Rapunzel. Ich wollte aber eigentlich eher dieses hier haben. Aufheben. Ich mache mir Sorgen um Rapunzel. Goten benimmt sich wie eine gute Mutter, aber sie ist so kontrollierend. Ich finde, Rapunzel braucht Freiheit, um sich selbst zu finden. Wenigstens ein bisschen Zeit außerhalb des Turms. Ja, die verlorenen Tagebücher des Herrschers. Okay. Wow, es hat auf... Oh, guckt euch mal an, wie schön es bei ihr aussieht. Oh mein Gott. Rapunzel. Rapunzel? Diese seltsame Sandversion von Mutter ist verschwunden. Ich kann nicht glauben, dass wir das getan haben. Ich kann nicht glauben, dass ich diese Dinge gesagt habe. Jetzt lass uns das Juweler Zeit finden. Genau. Du kannst jetzt in die Truhe schauen. Warte, schau. Da ist etwas auf dem Bohnen im Sand. Bye, bye. Aufheben. Wow. Ich untersuche die Tour, ja? Die Mahlsachen übertragen. Rapunzel, ich habe alles. Hier, bitte schön. Deine Farbpalette. Wir sehen uns bald. Du hast sie gefunden. Ich kann nicht glauben, dass sie die ganze Zeit hier waren. Danke, Farbi. Es fühlt sich an, als hätte ich alte Freunde wiedergefunden und eine neue Freundin dazugewonnen. Ich würde sagen, jederzeit, aber ich muss jetzt die Insel retten. Natürlich, los, los, wir sehen uns bald wieder. Viel Glück. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Der Tom. Abgeschlossen. Super. Dann würde ich sagen, war es das für die heutige Folge, meine Lieben. Die ist natürlich wieder sehr, sehr lang geworden. Wir haben auf jeden Fall schon der wilde Dschungel abgeschlossen. Dann würde ich sagen, wird es Zeit für die funkelnden Dünen. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich werde es dann sehen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.